Hallo miteinander, hier ist der Olli von Tolzi Kanal. Wir befinden uns heute in meiner Werkstatt, wo ich so ein bisschen am aufbauen bin. Wie ihr gerade eben gemerkt habt, ich habe einen neuen Channel-Namen, Tolzi, setzt sich zusammen aus technischem und Holz. Also alles was technisch technische Sachen sind, zum Beispiel Unboxing-Video oder so, werde ich hier vorstellen. Holzsachen, die ich selber gebaut habe, werde ich vorstellen. Und auch kann mal ein Tutorial kommen oder auch über Betriebssysteme, was Windows oder Linux angeht. Wenn ihr was wissen wollt oder Fragen habt, einfach unten in die Kommentare reinschreiben. Und wenn ihr auf dem Laufen bleiben wollt, dann abonniert mich bitte. Da würde ich mich drüber freuen und aktiviert die Glocke. Dann erhaltet ihr immer die neuesten Infos über neue Videos. Wenn ihr wissen wollt, wie ich diese Lampe hier gebaut habe, dann schreibt es doch unten in die Kommentare. Drüber ein Video und ladet es dann hoch. Die Lampe habe ich selber gebaut. Aus einer alten LED-Röhrenlampe war es 1 Meter und jetzt ist es nur noch 60 Zentimeter, beziehungsweise eine Röhre von 60 Zentimeter und hat eine Gesamtweite meines Wissens nach noch nach 64 Zentimeter, wie ich die gebaut habe. Einfach einen Kommentar da lassen, dann machen wir ein Video darüber. Okay, heute geht es um ein Unboxing-Produkt und zwar von der Marke Einhell, den Hobel, Elektro-Hobel TE-PL 900. Er hat 900 Watt, eine Gesamt-Hobel-Breite von 82 Millimeter, eine einstellbare Hobel-Tiefe von 3 Millimeter und maximal 18 Millimeter Tiefe. Den habe ich mir zum guten Preis geschossen und ist aus der Expert-Serie. Dann packe ich mal aus das gute Stück. Hier ist das gute Stück, sieht so aus. Dabei ist einmal eine Bedienungsanleitung, dann ein Parallelanschlag mit einer Messgala drauf. Ich weiß nicht, ob man die sieht. Ja, ganz leicht. Von 0 bis 80 Millimeter, sowie Inch-Angaben von 0 bis, ich schätze mal, 3,5 Zoll. Ja. Befestigungsmaterial für einen Parallelanschlag. Dann einen stufentiefen Messstab, sieht so aus. Ist auch eine Skala drauf, von 0 bis 2,5 Millimeter und auch eine Inch-Angabe. Vielleicht kann man das ein bisschen sehen. Die Skala, die Messstab, nicht wirklich. Ja. Und dann noch Flügelschrauben, zwei verschiedene. Einmal die hier und einmal die hier. Und dann noch für die Montage vom Parallelanschlag auf die Messstab. Ja. Dann ist noch hier so ein Werkzeugset dabei. Ein Gabelschlüssel und ein Imbelschlüssel. Ja. Und wie ich gesehen habe, vielleicht zieht ihr das hier unten. Kann man schlecht erkennen. Hier unten links befindet sich noch eine Kerbe. Ich denke, da werden wahrscheinlich Ersatzmesser reinpassen oder dergleichen. Laut Anleitung sollte man dieses Tool beim Hobeln rausnehmen. Aufgrund Gefahren, Sicherheitshinweise, denke ich, einfach mal steckt. Steckt einfach hier drin. So. So. Dann hat es noch einen Anschluss für eine Absauganlage hier. Ja. Die kann man beidseitig verwenden. Hier ist ein Pfeil drauf. Hier ist ein Pfeil drauf. Einfach hier unten den Knopf drücken. Dann kann man die auf die eine Seite rausschieben. Sieht dann so aus. Ja. Und hier ist so eine kleine Führungsnase. Hier. Und hier ist auch eine Führungsnase. Ja. Und kommt dann einfach, muss man den Knopf wieder ein bisschen runterdrücken und dann in die Führungsnase einführen. Und dann ist der auf der anderen Seite montiert. Ja. Ja. Dann gibt es eine hintere Grundplatte. Diese hier. Die ist so leicht geriffelt. Hier sind die Messeranzahl 2. Und hier befinden sich drei Schrauben. Eins, zwei und drei. Und damit kann man mit dem Werkzeug kann man dann die Messer wechseln. Und hier vorne ist auch noch eine Grundplatte. Die ist verstellbar. Mit Kerten drin. Kann man auf Kanten anfassen. Im 45 Grad Winkel. Ja. Die vorderen Grundplatte ist verstellbar. Wie ich schon erwähnt habe. In Millimeterschritten. Da ist hier der Drehknopf dazu. Hier. Ja. Wenn man daran dreht, sieht das so. Und die Grundplatte lässt sich verstellen. Ja. Ganz normales Stromkabel. Stromkabel. Ja. Diesmal nicht aus der Power Exchange Akkuserie. Ich glaube in dieser Wattzahl gibt es keine. Ich meine nur drunter. Ja. Ist aber auch nicht verkehrt. Ja. Hier drüben ist der Riemenantrieb. Hier ist der Riemenantrieb. Den kann man, ich vermute auch auswechseln. Weil hier auch Kreuzschrauben dran sind. Und man den Riemen nicht sichtbar ist. Ja. Hier hinten hat man es. Um das Kabel wahrscheinlich einzuhängen. Dass es nicht stört beim Vogeln. Ja. Dann zeige ich euch mal wie man den Stufentiefen Messstab montiert. Wenn ihr. Vielleicht seht ihr hier so ein Pfeil. Das. Auf beide Seiten. Ich montiere den jetzt einfach mal. Ich verwende dafür diese Flügelschraube. Ja. Die sieht meines nachher erachtens besser aus. Um den Stufentiefen Messstab zu montieren. Einfach aufsetzen. Und dann ist der so montiert. So. Und kann man dann einstellen. Indem man die Schraube löst. Nach oben schiebt. Lässt sich. Lässt sich auf 2,2 Millimeter einstellen. Nicht auf 2,5. Aus folgendem Grund. Hier stößt die Kante an diese Rundung an. Somit. Wenn ihr die Schraube löst. Das seht ihr. Geht nicht weiter nach oben. Also die Pfeile zeigen 2,3 Millimeter an. Ja. Nicht 2,5. Dann montiere ich mal den Parallelanschlag. Dann mache ich den Stufentiefen Messstab erstmal weg. Parallelanschlag nimmt man dazu diesen Winkel. Und hier den mit der anderen Flügelschraube mit dieser hier fest. Da gibt es keine Höhenverstellung. Der ist einfach so dann festgeschraubt. Und dann hier hat man dann noch für den Parallelanschlag zum Montieren. Das setzt man dann also man setzt den Parallelanschlag also die Plattekante zur Grundplatte und nicht nicht so rum. Weil das geht nicht. Weil hier ja die Kerbung ist. Hier die Kerbung ist. Also diese Seite zur Grundplatte und sieht dann so aus. Kann man dann wenn man die Flügelmutter hier unten löst kann man den verschieben wieder so oder ganz nach hinten beziehungsweise halt auf der Messkala einstellen. Wichtig ist dabei dass das gerade sitzt. Also dass es dann so aussieht. Und hier hinten ist auch noch ein Schlitz vom Parallelanschlag. Der muss nach hinten zeigen. diesen Schlitz hier. Ja das war der ein TE-PL 900 eine Elektrohobel nicht aus der Power Exchange Akkuserie ich denke da gibt es noch andere Hobel aus der Akkuserie ja den wollte ich euch heute mal vorstellen was ich ein bisschen blöd finde finde ich jetzt bei solchen Geräten wie ihr sehen könnt ist hier ich hoffe ihr könnt das sehen so leichte Eindruck Stelle auch hier auf dem Karton hier hier da wäre es besser gewesen oder auch hier sieht man es besser hier da in diesem Bereich da wäre es besser gewesen wenn vielleicht ein Held so ein Styroporeinsatz mit drauf gestellt oder mit reingelegt hätte dass hier oben die Kante von dem Hobel nicht beschädigt wird bzw. was für Ergebnisse erliefert lasst mir einen Kommentar da unten und dann werde ich auch darüber ein Video machen ja